Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Das heutige Thema ist objektorientierte Programmierung mit JavaScript. Klingt ziemlich kompliziert, ist aber eigentlich super einfach, beziehungsweise wir machen uns das heute mal, uns ziemlich super einfach. Und zwar objektorientierte Programmierung, was ist denn das überhaupt? Der Name sagt es schon, Programmierung mit Objekten. Und in meinem ersten JavaScript Tutorial, in meinem Grundlagentutorial, habe ich schon gezeigt, was Objekte sind, wie man diese definiert und wie man diese anwendet. Ja, wir gehen aber heute mal einen ganzen Schritt weiter in diese Richtung. Und zwar werden wir uns anschauen, was zum Beispiel Klassen sind und was man mit Klassen machen kann und was es da so alles gibt. Zum Beispiel gibt es da Vererbung und da gibt es Getter und Setter Methoden und da gibt es, da kann man dann Funktionen überschreiben und und und. Und aber warum das Ganze? Klassen sind eine Art Blaupausen für Objekte. Mit Hilfe von Klassen kann man Objekte erstellen, mehrere vom selben Typ. Ja, das sind dann Objekte, die dieselben Eigenschaften haben, dieselben Funktionalitäten und so weiter. Ja, und ich habe den Visual Studio Code natürlich schon geöffnet. Links daneben habe ich die Browser-Konsole offen, dass wir da mit console.log das ein oder andere Mal ausgeben können, testen können. Und ich habe da hier schon eine Index-Warte mal angelegt und eine App.js-Datei. Ja, es sind wieder nur diese beiden Dateien. Mehr brauchen wir nicht. Und ja, die App.js-Datei ist noch leer. Wir können quasi direkt loslegen. Und um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, ja warum eigentlich Klassen verwenden. Und zwar, Klassen machen dann Sinn, wenn du mehrere Objekte vom selben Typ benötigst. Ansonsten müsstest du quasi immer jedes Objekt händisch quasi deklarieren und da Werte zuweisen. Also immer wenn du ein Objekt brauchst, müsstest du das machen. Und das Ganze kann man vereinfachen mit Hilfe von Klassen. Ja, man kann eine Blaupause erstellen und aus dieser Blaupause immer und immer wieder ein Objekt generieren. Ja, was bestimmte Eigenschaften hat, was bestimmte Funktionen hat und so weiter. Ja, und wie macht man das Ganze? Mit dem Schlüsselwort Klaas. Mit diesem mächtigen Wort kann man in JavaScript und auch in vielen anderen Programmiersprachen eine Klasse definieren. Und was könnte man dann nehmen? Ich lege mal die Klasse Mensch an. Und ähnlich wie bei einem Objekt oder einer Funktion hat dieses hier so ein Anweisungsblock mit geschweiften Klammern. Und schon hat man sich hier eine leere Klasse definiert, woraus man sich theoretisch schon ein Objekt erstellen kann, was dann im Endeffekt ein leeres Objekt wäre. Ja, aber natürlich macht das keinen Sinn. Und hier kann man jetzt Eigenschaften sich definieren oder Methoden. Und die erste Methode bzw. Funktion ist eine ganz besondere, die wir hier definieren können. Und zwar die Konstruktormethode. Die wird immer dann ausgeführt, wenn du ein Objekt erstellst. Ja, die ist ganz wichtig. Die wird erst benutzt dazu, um erstmal die initialen Werte zu setzen eines Objektes. Ja, und die kannst du einfach so schreiben als Konstruktor. Ja, so wird das hier geschrieben. Und wie bei einer Funktion kann man jetzt hier mit den runden Klammern Parameter übergeben. Und hat dann auch wieder so einen Anweisungsblock mit diesen geschweiften Klammern hier. Ja, und ich mache mir das mal als einfaches Beispiel, gebe ich hier einfach nochmal Vorname und Nachname an. Ja, das sind die zwei Werte, die ich initial setzen möchte für unser zukünftiges Objekt. Ja, und da kommt gleich das nächste, das Dis. Ja, ich schreibe jetzt mal hier Vorname gleich Vorname. Und dann nochmal mit Dis, Nachname, gleich Nachname. Ja, so tue ich die Werte initial setzen. Und dieses Dis hier, dieses Schlüsselwort Dis, bezieht sich oder das referenziert auf das Objekt, was erstellt wird. Ja, und das kann dann immer ein anderes sein. Ja, wenn du mehrere Objekte erstellst, referenziert dieses Dis immer zu dem erstellten Objekt. Ja, und von Objekt zu Objekt kann dann hier dieser Vorname oder dieser Nachname immer einen anderen Wert enthalten. Je nachdem, mit welchen Werten dann das Objekt erstellt wurde. Ja, das ist diese Besonderheit in dem Sinne. Ja, und so ein Objekt kann natürlich auch Funktionen haben. Zum Beispiel, sag Hallo. Ja, das ist eine Funktion von unserer Klasse Mensch jetzt. Ja, und das kann man auch so anlegen wie eine Funktion. Und hier will ich einfach mal mit Console.log ausgeben. Was könnte man hier ausgeben? Hallo, mein Name ist... Und hier könnte man jetzt zum Beispiel hier diesen Vornamen mit ausgeben. Ja, so zum Beispiel. Mit Plus kann man hier diese Zeichenketten verbinden. Es geht aber auch anders, zum Beispiel hier mit diesen Backticks. Ja, so. Und da braucht man dieses Plus nicht. Ja, da kann man das hier so miteinander kombinieren. Und da braucht man hier so ein Dollarzeichen. Und dann so eine, nicht runde Klammer, sondern so eine geschweifte Klammer. Ja, so kann man Zeichenketten und Variablen ebenfalls kombinieren. Zu einer einheitlichen ganzen Ausgabe, ja. Ist auch eine Möglichkeit. Und das soll unser erstes Beispiel erstmal sein. Und wie tut man jetzt Objekte aus dieser Klasse erzeugen, ja. Und zwar kann man sich hier ein neues Objekt anlegen. Ich nenne das Objekt mal Mensch 1. So, ja. Und jetzt kann man mit is gleich und dann mit dem Schlüsselwort new aus dieser Klasse Mensch ein neues Objekt erstellen. Und diese Klasse erwartet jetzt, dank unserer Konstruktor-Methode hier, zwei Werte. Einmal ein Vorname und einmal ein Nachname. Und hier könnte ich jetzt schreiben, zum Beispiel Max als Vorname und als Nachname Mustermann. So kann ich das jetzt benutzen. Und wenn ich einmal dieses Objekt erstellt habe, habe ich jetzt einerseits Zugriffe auf die Eigenschaften von dem Objekt und auf die Methoden, welche wir jetzt hier ausführen können. Zum Beispiel Mensch 1 sagt Hallo. Ja, so kann man die Funktion ausführen. Und jetzt sagt der Max, der Mensch 1, uns Hallo. Und auf der Konsole wird es ausgegeben, Hallo, mein Name ist Max. Ja, das ist erstmal die grundlegende Art und Weise, wie man sich eine Klasse anlegen kann, wie man sich ein Objekt daraus erstellen kann. Und mit dieser Klasse kann man natürlich auch mehrere Objekte erstellen. Zum Beispiel können wir uns einen zweiten Menschen machen. Mensch 2. New. Und dann wieder Mensch. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel andere Werte übergeben. Zum Beispiel Tina. Mustermann. Ja, so zum Beispiel. Und der Mensch 2, da kann man uns auch Hallo sagen. Hier, Mensch 2. Ja, dann wird hier ausgegeben, Hallo, mein Name ist Tina. Und jedes Objekt ist quasi gleich, hat aber andere Werte. Ja, hat andere Werte enthalten bei der Erstellung des Objektes. Und was können wir noch machen mit Klassen? Und zwar gibt es da zum Beispiel die Getter und Setter Methoden. Was ist denn das? Und zwar sind das Methoden bzw. Funktionen, die man benutzen kann wie Eigenschaften. Ja, und macht das überhaupt Sinn? Also dann kannst du dir auch eigentlich normale Eigenschaften anlegen und diese wie Eigenschaften verwenden. Aber mit diesen Getter und Setter Methoden kann man zum Beispiel vollkommen neue Eigenschaften generieren, die mithilfe anderer Eigenschaften zum Beispiel erzeugt werden. Ja, zum Beispiel könnte das sein, ich schläge mir eine sogenannte Get-Methode an. Und zwar kannst du hier dann schreiben zum Beispiel Vollername. Das ist ein Beispiel, ja. Und das ist hier eine Funktion, so eine Getter-Funktion. Und hier könnte man zurückgeben zum Beispiel den vollen Name. Ja, das wäre dann, wenn wir hier diese Backticks wiederverwenden zum Beispiel, könnte man jetzt hier diesen Vorname und dann Leerzeichen und dann den Nachnamen zurückgeben. Ja, so zum Beispiel Nachname. Ja, und wenn wir das jetzt hier benutzen wollen, zum Beispiel der Mensch 2. Ich mache mal hier Console.Log, gibt es auf der Konsole aus. Mensch 1. Von ihm will ich hier den vollen Namen haben. Dann wird dieser ausgegeben. Max Mustermann, ja. Also ich kann diese Funktion, diese Getter-Funktion hier, voller Name, wie eine Eigenschaft verwenden. Ja, da gibt es auch Setter-Methoden, die definierst du dann mit Set, ja. Und da kannst du denselben nehmen, voller Name. Und hier kannst du quasi diese Eigenschaft voller Name, einen Wert zu weisen, zum Beispiel den Namen. Ja. Und hier kannst du jetzt aus diesen Namen den Vornamen und den Nachnamen neu setzen. Ja, wie könnte man denn das machen? Ich kann mir hier zum Beispiel ein Array erzeugen mit Name.Split. Mit Split kannst du aus einer Zeichenkette, aus einem String, kannst du ein Array erzeugen, ja. Und diese Split-Methode erwartet zwei Parameter oder nur einen, ja. Zum Beispiel das erste, der erste Wert, da gibst du an, welches Zeichen soll das Trennerzeichen sein, ja. Also bei diesem Zeichen splittet der die Werte und weist diesem einem Array zu, ja. Und ich möchte aber nur zwei Werte haben, ja. Ich mache es mir jetzt mal einfach. Ja, ein Name kann natürlich auch bestehen aus zwei Vornamen und einem Nachnamen oder noch mehreren Nachnamen, ja. Aber ich behalte es jetzt mal einfach und unsere Menschen haben nur einen Vornamen und einen Nachnamen. Und da kann ich jetzt diese Werte jetzt zuweisen. Ja, das ist jetzt hier ein Array und zwar mit Key 0, das wäre der erste Wert. Und mit Nachname, das wäre jetzt von Werte der Key 1, ja. Bei Werte 0 steht der Vorname drin, bei Werte 1 steht der Nachname drin. So könnte eine Getter, eine Setter-Funktion aussehen, ja. Ja, und dann brauche ich hier einfach nur Mensch 1 aufrufen, voller Name. Und voller Name weise ich jetzt was Neues zu, zum Beispiel Martin Mustermann, ja. So zum Beispiel. Und das kann ich dann nochmal ausgeben. Ja, der heißt dann Martin Mustermann, ja. Wenn ich dann auch danach nochmal Hallo ausgeben möchte, sag Hallo, kommt dann hier Hallo, mein Name ist Martin, ja. Also man hat jetzt den Namen geändert mit Hilfe dieser Setter-Methode, ja. Dass du es mal kennengelernt hast, ist eine wunderbare Ergänzung zu den normalen Eigenschaften und Methoden, die du hier anlegen kannst und verwenden kannst. Hiermit kannst du dann quasi Methoden erstellen, die du wie Eigenschaften verwenden kannst, ja. Eine ganz nützliche Sache. Was kannst du noch machen? Und zwar gibt es auch sogenannte statische Methoden, die du anlegen kannst, ja. Und zwar statische Methoden kannst du benutzen bis zu dem Zeitpunkt, bis du ein Objekt erstellt hast. Also du kannst mit statischen Methoden quasi direkt mit der Klasse und dieser Methode was machen, ja. Und zwar können wir uns hier auch mal eine anlegen, und zwar eine statische Methode legst du an mit dem Schlüsselwort static, ja. Und Zeit bis Geburt lege ich jetzt mal an, ja. Da würde ich mir quasi ausgeben, wie lange es noch braucht, bis dieser Mensch geboren wird, ja. Return, und zwar, ja, ich mach's mal statisch. Ich geb mal hier, ähm, einfach fünf Monate aus, ja. Und diese, diese statische Methode können wir jetzt zum Beispiel hier ganz einfach mit Mensch, und zwar Zeit bis Geburt benutzen, ja. Und das könnte man jetzt auch wieder auf der Konsole ausgeben. So zum Beispiel, ja. Ja, und zwar gibt's jetzt dann hier einfach den Wert aus fünf Monate. Also wenn du Funktionen hast, die du benutzen möchtest, ähm, ohne Objekte zu erstellen daraus, also aus den Klassen, dann musst du diese als statische Methode anlegen. Wenn du aber dann ein Objekt aus dieser Klasse, ähm, erzeugt hast, kannst du über das Objekt nicht mehr auf diese statische Methode zugreifen, ja. Also ich kann jetzt hier nicht mehr im Nachhinein, äh, mit Mensch 1 mir die Zeit bis zur Geburt ausgeben lassen, ja. Wieder mit, mit Console.log. Na, kopieren. Das sind alle schreibfaul. Console.log, ja. Dann kommt hier ein Fehler, dass diese, äh, dass es diese Funktion nicht gibt, weil, äh, wenn ein Objekt aus dieser Klasse erzeugt wurde, dann bekommt dieses Objekt diese statische Methoden nicht mitgeliefert, ja. Also wenn der, wenn der Mensch erzeugt wurde, wenn der geboren wurde im Endeffekt, das war jetzt dieses, dieses Beispiel, dann gibt's diese Funktion nicht mehr Zeit bis zur Geburt, weil es ist vorbei, ne. Es ist einfach dann abgelaufen, ja. Ja, okay. Ich nehme mal diese Ausgabe wieder weg, damit wir diesen Fehler hier nicht haben. Und was gibt's noch, was wir mit Klassen machen können? Und zwar gibt's die wunderschöne Vererbung, ja. Und wie funktioniert das jetzt mit unseren Menschen, die Vererbung, ja. Das kann ich mal zeigen. Und zwar, äh, kann man jetzt natürlich mehrere Klassen, äh, erzeugen und man kann, äh, alle Eigenschaften und Funktionen vererben an eine neue Klasse, ja. Ja, zum Beispiel gibt's da jetzt die Klasse Held, ja. Das ist meine nächste Beispielklasse. Und wenn man jetzt, äh, diese Klasse Held, äh, definiert, wie die Klasse Mensch hier oben, ja, so in dieser Struktur, können wir jetzt sagen, hier bei Held oder nach Held mit Extens kann man diese, kann man hier eine weitere Klasse angeben, von der geerbt werden soll, ja. Mensch, ja, Mensch, sodass unser, unser Heldobjekt, unser zukünftiges Heldobjekt, alle Eigenschaften eines Menschen erhält, ja, macht ja irgendwie Sinn, ja. Und dieser Held, diese Heldklasse hat natürlich wieder einen Konstruktor, ja, und hier müssen wir natürlich wieder alle Werte übergeben, die wir bei der Erzeugung quasi brauchen, ja. Ja, und das ist, weil das jetzt hier, weil unser Held auch ein Mensch ist, braucht es natürlich wieder einen Vorname, einen Nachname. Und dann mache ich mal einen dritten Parameter, ich nenne es mal Hieronym, also der Heldname, ja. Und als allererstes muss man jetzt hier, also es ist wirklich ein Muss, muss man jetzt hier die Werte der Menschklasse übergeben, von der geerbt wird, damit erstmal die quasi erzeugt werden kann, also dass die Werte befüllt werden kann. Wie kann man das machen? Und zwar gibt es das Schlüsselwort Super. Mit Super kann man innerhalb der Klasse die Funktionen aufrufen, die in der Klasse sich befinden, von der geerbt wird, also in dem Falle von der Menschklasse, ja. Und man kann dann hier zum Beispiel dieses Sag-Hallo verwenden, ja, mit diesem Super. Und wenn man jetzt hier nichts angibt, also nur Super, dann wird der Konstruktor aufgerufen, ja, das ist das Ziel. Und dem Konstruktor übergebe ich jetzt einfach den Vornamen und den Nachnamen, ja. Ich schleuse das quasi durch zu unserem Mensch-Objekt, ja, unserer Mensch-Klasse, ja, in dem Sinne. Und jetzt kann ich ja noch hier mit Hero nehmen, unsere neue Eigenschaft setzen. Und so wird jetzt unser Konstruktor quasi aussehen, ja. Ja, ich kann das ja mal, ähm, auf der Konsole zeigen, ja, ich generiere mal einen neuen Held, 1, Held 1, mit New, Held, groß geschrieben, ja, darauf achten, Groß- und Kleinschreibung. Und hier kann ich jetzt unseren Helden anlegen, ja, und unser Held heißt Peter, na, Peter Parker und der Heldenname ist Spider-Man, so zum Beispiel, ja. Ja, und unser Held 1 hat natürlich ebenfalls die Hallo, die Sag-Hallo-Methode, die ich hier anwenden kann. Und dann wird dann hier unten ausgeben, hallo, mein Name ist Peter. Ja, also unser Held hat alle Eigenschaften und Funktionen aus unserer Mensch-Klasse geerbt bekommen. Ähm, ja, der hat auch voller Name, ich könnte jetzt auch schreiben hier, ähm, Consol-Log, Held 1, gibt mir den vollen Namen zurück. Undefined, habe ich was verkehrt gemacht, achso, ich habe es falsch geschrieben, wieder große und kleine Schreibung, so, der kommt Peter Parker. Und ich kann aber auch, äh, diese Sag-Hallo-Methode überschreiben, ja, das nennt man, äh, Polymorphism oder so ähnlich, ja, ist das wieder so ein komisches Englisch, ich weiß. Und da kann man jetzt Methoden überschreiben, zum Beispiel könnte ich jetzt, äh, diese Sag-Hallo überschreiben, ja. Ja, ich will jetzt in dieser Held-Klasse, also wenn mein Objekt ein Held ist, kein normaler Mensch, dann will ich, dass der bei Sag-Hallo was anderes ausgibt. Ja, da könnte ich hier einfach wieder Sag-Hallo schreiben, ja. Und, ich kann mir das mal hier rauskopieren von hier oben, erst mal das, was wir bis jetzt schon haben, hier. Und kann das hier unten reinsetzen. Und die will ich jetzt erweitern, ja, da will ich jetzt was anderes machen. Ich will, dass der den Vorname und den Nachnamen ausgibt, Nachname. Ja, und da noch was, und ich bin, kopiere ich mir das mal. Da will ich, dass der den Hirn-Name dann ausgibt, so zum Beispiel, ja. Und dann kommt dann, hallo, mein Name ist Peter Parker und ich bin Spider-Man, ja. So könnte man das machen. So kann man Methoden überschreiben, ja. Es wird zwar diese Sag-Hallo-Methode, wird zwar geerbt, aber wenn ich die jetzt hier nochmal definiere in der Klasse, also die auch gleich benenne, dann wird diese einfach überschrieben, ja. Und dann jedes Mal, wenn ich dann diese verwende, wird dann die Sag-Hallo-Methode verwendet, die in der Held-Klasse drin ist, ja. Die existiert nicht bei den normalen Menschen, ja. Die geben alle nur ihren Vornamen aus, ja, aber der, der der Held ist, der hat diese erweiterte Funktion, ja, ist auch ganz nützlich, was man da machen kann, ja. Und das ist erstmal so das Grundlegende, wie man mit Klassen arbeitet, wie man diese definiert, wie man diese, wie man daraus Objekte erzeugt und wie man diese dann anwendet, ja. Und eine ganz schöne Sache ist, man kann es auch mit JavaScript-Modulen verbinden, ja. Ich habe da auch ein Video gemacht, ich verlinke es mal oben in der Infocard und in der Videobeschreibung. Und zwar können wir jetzt hierher gehen und sagen, äh, und bei der Skript-Einbindung vom Typ Modul hier setzen, ja. Ja, und unsere Klasse Mensch, da können wir uns mal eine neue Datei anlegen, Mensch.js, ja. Und hier können wir jetzt unsere Klasse reinschreiben, ja, die nehme ich mal hier raus, setze die hier rein, benutze das Schlüsselwort Export, ja. Ja, und hier kann ich das einfach importieren, Import Mensch from, also diese Klasse Mensch nehme ich hier und dann aus der Datei Mensch.js, ja. Somit kann ich das dann hier ganz normal benutzen, ja, die Ausgaben bleiben die Ausgaben ohne Fehler. Aber das so als Querverweis, wie du zum Beispiel jetzt Klassen mit Hilfe von Modulen dir strukturieren kannst, ja. Du kannst für jede Klasse dir eine eigene Datei machen, damit du das nicht alles in einer Datei hast, ja. Und kannst es auslagern, du kannst es dann auch ganz bequem wiederverwenden in den JavaScript-Dateien, die du brauchst, ja. Nur mal als Beispiel. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen. Denn ansonsten empfehle ich dir wie immer das nächste Video. Bis gleich.